ja eigentlich können wir jetzt eigentlich auch sein lassen dann können wir machen wie kann man das spiel eventuell also ich habe halt keine fernkampfwaffe das ist das problem jetzt haben die sich wieder ein ab deswegen ist es jetzt ein o3 aus der feierstahl der feierstahl und dorad jetzt freundet es einfach ein apc versteckt das ganz gut und dann könnte die ganze zeit nach o3 rein sporen ist doch gar kein ding ja könnte ich machen wir haben doch sowieso mehr weniger leben von daher passt das immer runterspielen die zeiten wo wir zwei gehalten haben die waren schon geil die waren schon geil da hast du recht die waren schon geil müssen wir jetzt nur noch einen flieger abschießen dann sein und diesen flieger der gar nicht in luft ist und dann haben wir es haben wir es wirklich einfach ja so weiter der ist halt echt hier noch am fliegen den balle ich jetzt ab ist einer von euch hier gespawnt ja jetzt ist er natürlich der baum krone fahr einfach weiter komm als ob da keine kugel mal trifft das ist doch ja danke danke genau die meinte ich der headshot da stehen jetzt drei deutsche auf dem auf dem dach und schießen auf mich auf die freunde zu schießen gute freunde kann niemand treffen gute freunde fahren in telaminen rein gute freunde sind einfach zu beschissen ja apropos essen wer kocht auf der gamescom fahrt meckes ernsthaft okay kfc ist nur für die eintagesfahrt er ist so dumm alter und wir fahren auch bei kfc fahren wir dann auch immer jedes mal einen drive in morgens kurz vor neun oder acht und stellt fest dass sie noch zu haben das ist ziemlich eigentlich die geilste bürger ja klar wir gehen schon gut essen das ist wichtig okay dann müssen wir aber alex zu Hause lassen und da kommen sie mit h3 ich werde nicht mehr die haben es halt echt gemacht er macht es halt wirklich du kleine piss nutte links von der links ach gottes willen seid ihr erbärmlich ein bisschen gegen den kriegen sie nicht hin bitte nicht raus schießen nicht nein warte sinning papa kommt gleich papa hilft wo ist papa papa ist jetzt im punkt eins gegen eins durch die fragen wurde wo du getötet wurdest oben auf den dach schraubst nein viertel 3 jawohl ist ja egal happen wie wir verlieren o3 ne nix da nix da nix da nix da ja du bist schneller wenn du das durchcappst also ich würde mal ich front halten stellen ach haben wir sehr befriedigend 2 1 ich lenke mal den swan abel in dem ich durchfahre wenn irgendjemand sein sollte den deutschen aber hier ist halt einfach gar keiner doch hier ist einer ja der läuft mir hinterher einer ist mittig drinnen 1 gegen 3 hier ist einer der läuft hinter mir her aber ach da der süße 1 gegen 4 ja wunderbar und tot ja mein Gott wir haben APC auf der A-Linie glaube ich die haben ja da ist eben eins rüber gefahren da muss ich auch noch mal rüber fahren soll ich mal hinterher kommen ist gerade unsicher hier also hier müsste irgendwo vor uns hier ist eben APC in die Richtung gefahren sei es jetzt für A3 oder um hier von der Seite abzusichern naja scheinbar ja nicht ne so da wollen wir drehen wir mal mit ein bisschen Ketten ja keine Ahnung ich weiß es nicht ich hatte es halt ich hatte es unter der Brücke war auch nichts du suchst nochmal weiter ich tu mal angreifen hey hier ist halt nirgendwo was oh Gottchen O3 Jungs was ist Lusch oh 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 Minimlo Amo 2 angreifen ja ich geh mal mit auf O2 jetzt einfach ich mach so du fiefst die ganze Zeit ne können wir zurückpfeifen pissen Elke ich gehe es vorher gerade mit Dingens drauf Sturmgewehr im Staged zu cappen. Ja, er spielt auch einen M2. Ja, soll er machen. Flak, Flak, Flak. Verdient. Okay, perfekt. 2-0, äh, ja doch, 3-1. Sehr gut. Ja, bei mir Flak, um G42. Rechtsrum oder linksrum? Unten ist jetzt direkt vor der Tür geht's rechts. Geht's hoch. Wetter gewinnen, Kampen. Danke. Ja, ein bisschen inkompetent gerade von beiden, aber scheiß drauf. Wo ist mein APC? Scheiß. Wo ist mein APC? Du hast dein APC? 2-0, 2-2. Ja, klar, ich hab's das. Oh, verdammt. Oh, Gott. Nein, wir müssen ja die Linie wechseln, weil ich kann nur 3 angreifen. Sending, rechtsrum. Wer kommt rechtsrum? Steht mein APC noch? Weiß ich nicht. Ja, steht noch. Das, was auf der Brücke steht, ne? Ja. Puffall. 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 Ach komm, jetzt hör doch mal aufgehen mit der ganzen Zeit die Käpt'n. 1-1. Alter, jetzt häng ich hier. Ich versuch's nochmal B3 anzunehmen. Oh, danke, Sending. Kommt schon, ihr macht das da. Und? Sicher machen wir das. Jawoll, sehr schön. Dann cappen wir jetzt hier O3. Ist eigentlich auch ne Menge Abs am Start. Alter, von wo jetzt schon wieder die dreckige Kakerlake? Wir dürfen unten. LUX! Ja, O3 kriegen wir sehr wahrscheinlich wieder. Sag mal, können die Lux-Fahrer eigentlich nix anderes? Nein, deswegen... Wo sind eigentlich unsere Chevy-Fahrer? Ich bin vor ein Chevy gefahren, aber die jagen die aktiv. Und irgendwie, keine Ahnung, was unsere... Ich hab, glaub ich, in dem ganzen Match noch keinen einzigen amerikanischen Panzer gesehen. Außer meinem eigenen. Wir haben aber nur noch einen bei uns. Wir haben keinen mehr bei uns. Ah, ich hab das gerade nicht am Leben. Lukas, wir greifen gerade den APC an. Ja, ich kann da nicht mal eins formen. Scheiße, wir gehen O3 doch nicht. Oh Gott. Was ist denn, kannst du den mal ablenken, den Lux? Ja. O4 auf O3. Hab abgeleckt. Mann, ey. Was ist denn, ich hol mir den jetzt? Ich hab gegen die Wand gerannt. Ich kriege hier die Krise. Vor allen Dingen, weißt du, die werden halt dafür belohnt, dass sie einfach am Campen sind. Wo sind unsere Pupp-Lanes? Haben wir nicht mehr. Ja, natürlich. Natürlich, die Schranke. Die Schranke ist das Problem. 2, 2, O3. O3 ist richtig close, ne? Da konzentrieren wir sich gerade auf. Okay, er hat einen in Intus. Ich hab alles gegeben und zwei in O3 getötet. Ja, wo ist der? Der letzte? Keine Ahnung. Der war doch irgendwo unten, oder? Scheiße. Ja, ein bisschen weiter. Komm klar. Okay, dann hab ich. Ich bin nicht da, du brauchst, dass ich kommentieren. Doch. Kommentary ist wichtig. Getriebe zerstört. Ja, weiter, hör. Hier ist wieder ein Panzer drin. Krise. Hör, hab ich gesagt. Endlich, ein Steward. Jetzt holen wir. Kommt Marano 3, bitte. Von der anderen Seite, Alex. Unten drunter durch. Ich werd nicht mehr. Ne, von unserer Seite aus. Nee, von A3 kommt auch noch was. Ja, da ist er. Das ist LPC von dort. Ne. LPC ist still alive. Ha, Panzertod. Ja, mit der letzten Basuka. Alter, 3, 5. Das ist ein Endloskampf in O3. Willst du mich heilen? Das ist generell ein Endlosgame, ja. Ja, ist ja nicht schlecht. Ja, eigentlich schon, aber ich muss jetzt... Du musst gar nichts. Wir haben gesagt, bis halb. Und das sind noch 12 Minuten. Und vor allen Dingen, Gissel ist noch mit dabei. Wir müssen jetzt noch definitiv ein Match mit Gissel machen. Ne, das krieg ich safe nicht hin. Das Match ist das letzte. Und Gissel ist ja dabei. Uhu. 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 Gissel, die kleine Eule. Die Eule, ja. Wahrscheinlich. Oder ist er ein Uhu? Nein, der ist wenn, dann eine Heule. Weil er auch nur am Rumheulen ist. Nein, der ist scheiße. Wir müssen morgen nicht bei Alex vorbei. Doch, müsst ihr. Ihr habt immer noch nicht die Tickets. Doch, wenn die Tickets. Ihr kommt doch schon so rein. Scheiße, ich muss ja auch noch die Tickets aussuchen. Flaunt ihm das Ticket heute Nacht einfach. Sinning, lenke mal ab. Da du am nächsten dran wohnst, Sinning. Hab abgelenkt, da hab ne Panzerfaust drauf geschossen. Mehr ablenken. Okay. 2, 5, oder 3. Sehr gut, danke. Geschützverschluss zerstört. Wuhu. Hallo. Wuhu. Linke Kette zerstört. Wuhu. Hallo. Ah, du bist ein ganz hexiger Mann. Sehr gut. Ist die Schnauze voll hier von den Fickern. Wenn's um Rennen geht, dann bin ich da. Wenn's um Rennen geht, ist Sinning da. Genau. Kennt man. Aber Sinning verkauft keine Altersvorsorge, weil bei ihm werden die Leute nicht alt. Nein, ich hab keine Muni mehr. Lebensversicherung. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja, U3 ist nicht keppbar. Lol, mein APC steht noch. Ja, ja, weil wir es verteidigen. Das haben wir mit Ehre verteidigt. Ehre. Ist nicht gut. Ich greif da mal U1 an. Nein! Lass den bitte hier stehen, bitte. Nein, bitte. Da ist er gerade eh zerstört worden. Hä, warum? Erst nicht. Wo denn? Doch, weil gerade ein Panzer drauf geschossen ist. Von wo? Von links. Ah. Von links. Hier ist es sowieso nicht safe. Also eigentlich sind sämtliche Panzer von denen bei U3. Wir können wirklich mal U1 an. It's time. Gott, ey. Komm. Nein, zu viel Schiss. Ey, die haben keine Panzer mehr. Okay. Jawohl, offensiv, Junge. Da ist noch der eine bei U1. Pass auf. Links neben U1. Genau da. Na, fast getroffen. Ja, kein Schaden bekommen. Ja, Schaden bekommen, alles klar. Der trifft. Treffer! Treffer. O2, greifen sie an. O2, greifen sie an. O2, greifen sie an. Nein. Ich kann nicht bei O2s fort. Ich kann nicht bei O2s fort. Nein. Der trifft zerstört. Jetzt läuft einfach alles falsch. Es kann sein, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Ja, nur weil da kein APC war. Ja, Alter. Man hätte ja mal was halten können. Ich halte was. Meine Maus gerade in der Hand. Ja, mach uns drauf aufmerksam. Finde ich gut. Oh mein Gott, das sieht echt nicht so gut aus. Oben, 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 oben. Oben, hallo. Panzer zerstört. Alex kommt jetzt zurück. Müsstest du jetzt halt treffen. Gut, dass wieder Bazookas verteilt werden. Ich würde sagen, ihr deswegen verloren. Ah, ne, O3 ist neutral, Alter. Alter. Los, Motorrad. Du, O3. Da, 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 da. Fahr, Lukas. Ich bin falsch gefahren. Wir können nicht kämpfen. Ah, geil. Deswegen ist es neutral. Ich verstehe es. 0 zu 4. Ja, RIP. Warum können wir das nicht kämpfen? 0 zu 2. Doch, ich kann noch reinfahren, ich kann noch reinfahren, ich kann noch reinfahren. 0 zu 2. 3 zu. Wow. Warte, 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 warte. Warum können wir das jetzt nicht kämpfen? 2 zu 2. 2 zu 2. 3 zu 2. Fahr, Alex. Gib ihn. Oh, wie viele Motorräder hier stehen. Rein. 5 zu 2. Ja, schau. Leute. Das ist ein geiles Match, ich muss mal sagen. Ja, so ein Match mag ich. Freu ich mich. Links irgendwo. Ange-Spiel. Haupteingang. An den Kisten. Appen, er hat mich. Oh, scheiße. 4 zu 2, sieht gut aus. Sieht auch hier. Ah, jetzt am Mann. Teilweise sehe ich die Deutschen einfach nicht, ne? Ne, du siehst sie nur als... Nein. Ja, genau. Das ist das eigentliche Problem. Wisst ihr, was das Gute ist? Die haben jetzt keine Panzer mehr. Ich habe den letzten Panzer weggeballert. Halleluja. Also vermutlich... Ja, weil die halt Panzer hatten, ne? Hier steht ein APC. Ja, ich habe eine Stickie draufgeworfen, aber ich muss mal gerade zum Togen. Ich unlocke. Es war nur eine, ne? Nicht, dass ich gleich in die zweite reinlaufe. Weiß ich nicht. Ich unlocke. Okay, jetzt habe ich eine zweite geworfen. Oh, scheiße. Jetzt werde ich wohl sterben müssen. Schade. Nein. Oh doch, vermutlich schon. Aber die haben keine Scharfschützen mehr. Sehr gut, das Blatt hat sich gewendet. Nein, nein, ich will es kaputt machen. Geh weg, geh raus. Und ein Report ist raus. Äh, hinter mir. Ich muss einfach. 5-3 hier, Alter. Kommt nochmal die Gegenoffensive. Alter. Hinten bei den Gräsern. Fuck, hello. Ich gehe wieder rein. Bei den Gräbern ganz hinten in der Ecke. Wo ist der Gesinn? Ganz vorne, Eingang. Happen. Erstmal 50.000 Mal daneben geschossen, aber machen nichts. Der andere ist immer noch hinten in der Ecke über dem Grab. Dann treffe ich nie und nimmer. Super markiert. Ich sehe da nichts, ich laufe einfach mal drauf und schieße. Was? Auf die Markierung zurennen und schießen? Ja. Ich gebe einfach das Pressing, keine. Schreien. Ab mir tot. Sehr gut. Wow. Sinny. Wow. Taktischer Angriff. Okay, Annex Opfern, damit ich den kümmern. Warte mal, die haben auf der Zielin irgendwo einen APC. Die kommen die ganze Zeit dann da. Safe call. Dann guck du mal nach... Ja, kommen wieder 3 rein, 3 rein. Oh mein Gott. Ja, 3 STGs geradeaus. Hab ein STG. Anderes hart angehittet, lebt aber immer noch natürlich. Die Maya ist hittig. Jo, da laufen sie. Da laufen sie zwei Stück vor mir. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Wir haben's gefunden. Wird geknackt. Zwei kommen noch rein auf jeden Fall. Ja, zwei bei den Gräbern hinten. Okay, wird geknackt, krass. Wird geknappt, was? Wird geknackt. Okay. Ja, jetzt noch einmal einen Angriff und dann haben wir's. Jetzt haben die nämlich nichts mehr zum Verteidigen, die Wichser. Keine Flugzeuge, keine Sniper mehr und keine Panzer. Haben nur noch in. Ja, trotzdem sind es nicht weniger gefahren am Spiel. Ja, wahrscheinlich haben die alle die Special Classes. Zwei wird schon mal angegriffen. Ich hol den LPC ran. Aber von der Impfung auf. Echt? Ja. Die hatten 160 und wir hatten 100 oder so. Und jetzt sind wir nur noch bei 100, äh, knapp bei 100 und dann 70. Ja. Sind ja richtig sexy. Ja, klar. Das ist ein richtig gutes HNG-Match. Ja, Mann. Und da ist... Oh fuck, LPC hier bei meiner Position. Ja. Ähm, war in der Mitte zwischen O2 und O3. In den ganzen auf der rechten Flaschenseite. Die Flaschenseite. Die Flaschenseite. Man kennt sie. Ja. Ich bring das LPC aber trotzdem jetzt nach O2, ne? Ich fahr jetzt nicht zu deiner Stelle. Ja, doch, lass mir auf der anderen Seite, Straßenseite raus. Ungefähr genau die Position von den Flaschen. Da, wo markiert ist. Ja, ja. Es klingelt. Bei mir oder bei dir? Nee, bei wem? Bei mir, ja. Es hörte sich an, als würde es bei mir klingeln. Aber ich hab mal anderen Klingelton. Ich bin ja. Ja. Gut. Äh, dann würde ich dir raten, mal die Tür aufzumachen. Nein! Doch. Ja. Nicht meine Türsteine. O2 ist über Bevölkerung von Deutschen. Kommt ein neues O2 vom Spawn O2. Ich fahr mir das direkt ab. Alter, ja, Junge. Die Krise, ey. Diese Fahre-Engine. Warte, das ist... Äh, O3. Das fährt gerade bei O2 rum. Wo genau? Rechts rum nach O1. O3, oben drauf. O3, 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 O3. Okay, 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 okay. Ich drehe um. Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ich hab's schon. Moment, ey, bis sie gerade zurück. Sieht nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Nein. Wie haben die denn so viele Leute da hingekriegt? Kann ich steak essen. Jetzt lauf, Junge. Los, rein. 3 zu 4. 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 3, 3. Wir sind da. 5, 3. Wir sind auf der O3. Wir sind auf der O3. Das ist so geil. Das ist schade. Ähm, die haben das, wie gesagt, die haben noch ein, oh Gott, vor mir, vor mir, vor mir. Am Haupteingang, Haupteingang. Am APC jetzt. Ne, ne, so einfach beenden wir das Spiel hier nicht. Die haben noch ein APC, wie gesagt, zwischen Richtung O2, ne, direkt vorne an der Ecke. Ist der hier einspawnt. Sind den, äh, Lukas, hast du das APC? Safe? Sehr gut. Ist der hier einspawnt. Du meinst den Opel Blitz, oder? Ne, das ist ein, ein 251-1 oder so. Alter, ist hier ein Gefecht am Lauf. Ein Gefecht da an, hier, ne? Ja, klar. Auf der Hauptstraße, ganz viele. Ah, wieder ein APC. Ich fahre das APC zurück. Komm jetzt von der Spawnseite ran. Ich fahre das APC, unser APC ist zum Gräbern, da steht so ein bisschen, ein bisschen Abseits. Fahre es nicht in den Punkt. Moment. Und dann den Typen töten. Ich muss da, übrigens auf dem Dach Richtung O3. Deiner? Äh, APC ist direkt bei mir. Sind den bei dem Gebäude hier? Hier in dem Gebäude ist einer. Sind zwei. Ich kann machen die einen Druck gerade. Weil dadurch verlieren die übel Tickets, aber es bleibt trotzdem auf der Range. Ich lasse das APC hier, oder? Ne, ich fahre. Oh fuck, hier ist auch noch ein APC von denen. Wir verlieren aber auch gut. Ach du mal, mach was, mach was. Ja, ich seh's. Nein. Hab ich's won. Wir haben noch ein APC da, definitiv. Ich mach das erstmal. Scheiße, kommt rein. Nein. Oh, der ist Half-Life. Bitte kann es einspannen. Einer noch genau. Oh mein Gott, da kommen so viele. Da kommen so viele. Alex. Genau deswegen meine ich. Lass das APC halt da stehen. Dein APC ist da unten. Ja. Deren APC jetzt auch. Sehr gut. O3 wird angegriffen? Ja, ja. Die haben hier noch ein APC gehabt. Wird Carl unlockt. Ich krieg den nicht abgeschossen. Ist ja egal. Schreiten immer noch drei von der gleichen Ständer an. Geht doch weg. Ein ganzes Thompson-Magazin daneben geballert. Ich krieg die Krise. Und der Typ ist Lowlife. Ey, ich. Alter. Steak vor uns. Nein, ich hänge. Oh nein, 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 nein. Nein, nicht HNG. Ich hasse dich. Nicht HNG. Ja, das gewinnen wir halt nicht, weil wir nicht wischen können. Warum? Wir haben 20 Kills gerade einen Unterschied. Die müssen da einnehmen. Ja, nee. Aber wir haben keine. 20 Kills ist viel zu viel. Kriegen wir aber hin. Jetzt klingelt es bei mir. Warum klingelt es jetzt bei mir? Ich lege mal gerade auf. Die stehen alle bei den Kisten. Alle bei den Kisten. MG34 und SC. Was sollen sie machen? Der eine legt sich genau bei der Zufahrt, wenn man reinkommen würde, links hin. Bei der Hauptzufahrt. Links hin. Ja, halt halt jetzt auch am Spawn. B3 Spawn. Ja. Ja, deswegen bin ich gerade bei den Kisten. Du meinst bei O3, ne? Ja. Wofür können wir nicht? Ist tot. Wobei wir holen gerade brutal auf. Ich sag es doch. Das ist ja echt krass. Ich bin der O2 jetzt auch auf. Ich lege jetzt auch mal S-Meal. Wir fehlen. Die haben ja noch einen LPC stehen. Hier ist gerade einer reingespawnt zwischen O2 und O3. Ficken. So, Jungs. Ihr wollt STG spielen, dann spiele ich jetzt auch STG. Yo. Alles klar. Okay. Dann spielen wir jetzt mal S-Meal, würde ich ja sagen. Ich bin letzten Drücker, nochmal S-Meal rauswandt. Scheiße, die kommen nicht auf der Brücke. Zwei Stück, zwei Stück. Einer rechts, einer links. Einen habe ich. Unten kommt auch noch einer. Und hinter mir noch einer. Scheiße. Jetzt auf der Brücke einer. Ja, die sind zwischen O2 und O... Wann war ich? O3? O1. Ich geh nach O1. Ja, O1, lol. Ich hab auch einen. Torot, ich war vor. Wie gesagt, die haben noch einen APC zwischen O2 und O3. Mit laufendem Motor. Aber wenn wir jetzt O1 holen... Jemand hat meinen STG geklaut. Äh, bei O2 ist einer noch gerade beim Flak. Ich glaube, der wird gerade ein wenig. Ich bring mal ein bisschen Cap-Kraft in den jetzt, Alex. Die sind beide bei mir. So, das ist weit. Komm, will ich jetzt ran? Alter, hör doch mal auf. Bei dir noch einer, STG. Und hier ist bei mir drin. Warte, ich hol den. Bleib drin, bleib der Gung. Ja, verlaube ich. So, noch einer bei mir direkt. Oh, nein. MG 34, ich dachte... Aller den kriege ich, den kriege ich. Ja, holt euch den Kack. Holt euch den Scheiß. 4-0. Alter, 4-0, Junge. Wir haben das Kriegen. Komm, wir zur Rannung. Wir spulen jetzt einfach mal 50 Minuten zuvor, wo Lukas rumgehalten hat. Das gäbe den, Mensch. Das war alles eine Frage der Panzer. Jawohl, ja, ey. Mensch, ey. Alter, das ist richtig geil gewesen. Oh, da ist schon, schon, schon geil. Schon geil. Sehr, sehr geil. Das war echt mega. Omega 0. Omega geil. Oh, Junge. Alter. Und was kriegen wir dafür? Ein Soldat und zwei APCs. 24.000 Belohnungen. Belohnend? Gut, APC, es ist nicht allgemein Fahrzeuge. Ach, schade. Ich bin jetzt essen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lass dir schmecken. Bis morgen. Bis morgen? Vielleicht komm, ich spüre das. Bis morgen. Ja, bis morgen. Wie heißt denn eigentlich die gute Dingswurms, die uns da angegriffen hat? Wo sollen wir überhaupt klingeln? An der Tür. Na, klingeln. Kennen Sie Lukas? Kennen Sie Lukas? Kennen Sie Lukas? Einfach alles durch. Einfach durch die Straßen. Kennen Sie Lukas? Ja. Wir bräuchten den Wohnungsschlüssel. Kennen Sie Lukas? Wir bräuchten Ihren Wohnungsschlüssel. Das ist auch geil. Gut, wir bräuchten Ihren Wohnungsschlüssel. Und kennen Sie Lukas? Ich habe mit einem nicht gesprochen. Große Ernsthaftigkeit hier bitte. Große Einsatz in Köln-West. Köln-Süd, keine Ahnung, wo wir sind. Ja? Okay, Ernsthaftigkeit. Danke. Das funktioniert ja bestens. Wir möchten bei Ihnen schlafen. Wir brauchen Ihren Wohnungsschlüssel. Au. Warum denn jetzt au? Weil man auf die Kante des Tisch hauht. Das ist nicht au, das ist dumm. Oh Gott. Ja, okay, mein Führer, mein Fahrzeugführer. Was wollte ich? Ich habe mit Amelie vereinbart, dass wir so ein kleines Präsent mitbringen. Weil es ist ja schon ganz lieb, dass wir in der Wohnung da übernachten dürfen. Dann muss ja noch einer was kaufen. Korrekt, Amelie. Wir spielen jetzt eigentlich noch eine Runde oder gar nicht mehr, ne? Nein, ich bin auch. Dann kann ich Aufnahmestand. Du bist auch raus. Güssel, du? Äh, nee. Dann Tschüssi. Untertitelung des ZDF